Hey, hier ist Caro und ich bin bei Entweder oder von GVB. Stadt oder Land? Dann nehme ich lieber Stadt, weil ich aus Frankfurt komme und auch dort in der Stadt gewohnt habe. Schwierige Frage? Bundesliga nehme ich. Film oder Serie? Ich nehme Serie, weil ich auch viel auf Netflix Serien schaue. Was schaust du im Moment? Ich habe Manifest geschaut. Schweizer Meister oder Cupsieger? Mir wäre Schweizer Meister lieber. Nachteule oder Frühaufsteherin? Ich bin eher die Nachteule. Ich nehme die Aare, ich war jetzt öfter dort und es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Krafttraining oder Ausdauertraining? Ich nehme eindeutig Krafttraining. Perfekt. Vielen Dank, dass du das. Keine.